So, jetzt siehst du, hier ist die Stelle. Hier komme ich nicht mehr weiter. Guck mal, ist ein bisschen versteckt. Hier musst du den Benutzernamen eingeben. Ah, okay. Luise Drachvogel Neumann. Und jetzt? Jetzt gibst du hier die Nummer ein, die auf dem Zettel steht. Okay. Was war das? Keine Ahnung. Aber guck mal, da geht es weiter, ist alles okay. Muss ich irgendwo draufdrücken? Ja, genau, da. Aber du gehst nicht auf weiter, sondern auf bestätigen. Ah, okay. Und dann auf weiter. Gut. Fertig. Jetzt hast du Online-Banking. Echt? Mhm. Das war ja doch ganz einfach. Ja, sag ich doch. Cool. So, jetzt gucken wir auf dein Konto. Okay. Was ist das? Na, das ist dein Kontostand. Was sind denn das für Zahlen? Ich weiß nicht. Sind das alles Zahlen nach einem Komma? Nee. Das ist, was ist denn das? Habe ich was kaputt gemacht? Ich weiß nicht, aber so wie es aussieht, sind das 93 Millionen und ein paar zerquetschte Euro auf deinem Konto. Aber so viel habe ich nicht. Doch. Jetzt schon. Nein, Heiko. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Hast du irgendwie im Lotto gewonnen? Nee. Erbschaft oder so? Nein. Keine Ahnung. Aber irgendwas musst du doch gemacht haben. Hast du irgendwas gedrückt? Nein. Ich habe nur gemacht, was du gesagt hast. Hm. Ich weiß auch nicht. Mach mal einen anderen Tab auf. Mach mal Apfeltee. Okay. Wir machen. Ich geh mal auf Google, ja? Geh mal auf Google. Was denn jetzt? Ich weiß nicht. Geh mal auf dein Konto. Ja. Du hast gerade... Google hat dir gerade 148 Millionen Euro überwiesen. Aber ich will kein Geld von Google. Was? Was soll ich da jetzt machen? Ähm, gibst du zurück? Oder überweisst du? Nein. Greenpeace oder so? Nein. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich checke meine E-Mails und dann mache ich den Computer aus, ja? Okay. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß nicht. Dein E-Mail-Programm hat dir 4 Millionen Euro überwiesen? Nee, ich weiß nicht. Das ist... Mach du mal einen Computer aus für mich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das macht nichts. Ähm... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht. Was steht da? BVG.de. Du hast soeben 400 neue U-Bahn vom Typen bestellt. Wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Du hast soeben den Flughafen fertig gebaut. Bitte mach, dass das aufhört. Luise... Bitte mach, dass das aufhört. Ich... Äh... Ja, irre. Du hast gerade das Staatsdefizit Deutschlands ausgeglichen. Nee, warte. Was? Du bist auf der falschen Seite gewesen. Was habe ich denn gemacht? Nee, das stimmt doch nicht. Ich bin pleite. War ich das? Ich hatte 800 Euro aufm Konto und jetzt sind die weg. Soll ich mal gucken? Mach mal lieber nichts. Was ist denn das jetzt? Polizei? Was ist das? Fahndungsliste? Das war ich nicht. Ich war das nicht. Mach das weg. Mach das weg. Ich überweist mir lieber 10 Millionen. Oh, was ist denn das für eine Fahndungsliste? Vom Vatikan? Nein, nein, ich entschuldige. Lass die Finger davon. Aber ich will... Nein, ich will das nicht mehr... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Scheiße, ich glaube, ich kann das wieder gut machen. Ich kann das bestimmt wieder gut machen. Ich glaube, wenn mich nachher beim Scheißen der Blitz trifft, dann hast du dann Finger im Spiegel gehabt. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Du, ich hab ein ganz schönes Gefühl bei der Sache gesehen. Ich muss los. Bis bald. Bis bald. Oder vielleicht auch besser nicht. Hallo, Andi. Ich bin's. Du, ich hab ein kleines Problem mit meinem Computer. Könntest du mir helfen? Ich bin's. Du, ich hab ein kleines Problem mit meinem Computer. Ich bin's. Du, ich hab ein kleines Problem mit meinem Computer.